Moranjasevic findet hier den Kacic im Zentrum. Der hat viel Platz. Geschiesst und... Jaaaaaa! Jaaaa! Blediakacicci! Ja, Mann! 20. Spielminute, der FC Zürich geht in Führung! Ja, Mann! Ein riesen Top für Blediakacicci. Wow, ein Schlenzer, der mit Strafen grenzt. In die linke Ecke rauf. Keine Chance für Justin Hamel, den zu halten. Oh mein Gott, was für ein Goal! Ein Riesentopf, ein Riesentopf! Macht das hoch, in die Mitte, dort steht Cameri! Und schiesse! Cabrela und... Cabrela! Cabrela schiesst einmal! Castici hat ein wenig Platz. Ruhig! Ruhig! Nein! Ich bin weg! Oh nein! Oh mein Gott! Eckball kommt auf den Cameri, den köpflet Justin Hamel an, der Cabrela kann den Ball... Luftwölkone von Cabrela, in die Kante, in die Strafraum machen! Nein! Probiert Justin Hamel zu tunnen, aber er macht die Beine zu. Noch einmal hier frühe, nimmt José Sao mit, schiebt den Ball in die Strafraum zum Guerrero, der kommt nicht an, geht sich an den Klärer. Justin Hamel macht den Meter richtigen Goal, nimmt José Sao mit, auf der linken Seite, er hat Platz, zieht in die Mitte, in die Mitte ist Lenz! Ohhhh! Ein Lattenknöller vom José Sao! Aber der Hamel war da noch dran! Nein, ich fertig! Schöner Schlämpzer! Matthews, verdient an den Ball! Ja und... geht sich! Francis Mummer wird in den Lauf gestrickt, linken Seite, hat viel Platz, Katic wäre bereit zum... Ahhhh! Lade Katic stehen! In die Mitte ist... Oh nein! geht sich, er macht den Ausgleich! Nein! Ahhhh! Es hat sich angedeutet! Leider! Es hat sich angedeutet! Es hat sich angedeutet! Leider! Zeichen sind da gewesen! Ja! Zeichen sind da gewesen! Ja! Ja! Und wie so oft spielt der Gegner von der Auslinie... Es hat sich dreidriblen... Und dann ins Zentrum! Kapić auf Kante zurück zum Kamberi! Oh nein! Oh mein Gott, der vermute Ball! Pascal Schürf im Strafraum! Nein! 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 Nei! Gätsch macht 2-1! Der Lindrik Kamberi mit dem Kapitalhähler! Gätsch macht 2-1! Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich habe... Ich habe keine Worte. Dort steht der... Dort steht im 16er und... Das Spiel ist fertig. Wir verlieren Sterlig an GC. Mit 2 zu 1. Das tut weh. Das tut verdammt weh.